Moin Leute, hier ist wieder euer Trains4Tunny-Class. Wie ihr seht, bin ich gerade hier in Hützl-Lüneburg, also in Hützl-Hauptbahnhof. Hier stehen auch so abgestellte Waggons. Und dieser Bahnhof ist schon lange nicht mehr in Betrieb und ein Mensch auf der Welt hat den hier erworben und wohnt da jetzt glaube ich sogar noch drin. Und so, ja. Also auf jeden Fall ein sehr schöner Bahnhof gewesen, aber der ist jetzt außer Betrieb. Ich glaube, auf Google stand hier Hützl-Alter-Hauptbahnhof. Vielleicht gibt es auch neun, weiß ich nicht. Aber ja, das ist der Hützler-Hauptbahnhof. Schön alter ist alles hier. Also wenn da niemand drin wohnt, wäre es glaube ich sogar ein Lost-Place-Ort gewesen. Aber naja, das war's wieder vom Video. Das war euer Fans von Niklas. Ciao Leute! 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 Vielen Dank.